So, da sind wir beim nächsten Muster. Ich habe euch mal vor Ewigkeiten gefühlt, so einen Duels of the Planeswalker 2014, was es, glaube ich, gezeigt gab. Und ich habe noch zum Beispiel, ich habe zwei 2015er noch bekommen und noch ein paar 2014er, die müssen aber erst ankommen. Ja, ich habe die Liga nie aufgemacht. Wie gesagt, man bekam die, ich glaube, die bekam man bei Steam, wenn man sich diesen Code ausgedruckt hat und den dann zu einem Händler seines Vertrauens gebracht hat. Das Problem ist, ich hatte damals mit dem einzigen Händler, den wir in der Gegend hatten, ein kein gutes Verhältnis. Was haben wir denn hier? Eine Seele von Sendika. Ist das euer Scheißernst? Was habe ich denn für ein Problem mit Foils? Seht ihr das? Hier. Auch Hidi hat genau in der Mitte so einen komischen... Was? Warum? Das hatte doch der Us auch und danach eine Foil auch. Was ist denn mein Problem mit Foils? Warum sind die denn alle am Arsch bei mir? Das ist verstörend. Na ja, Seele von Sendika. 6 Mana, 6-6. Reach, also der deutsche Begriff für Reach, Reichweite. Und für 5 Mana kriegt man einen 3-3-Beast-Token und für 5 Mana kann man die aus dem Friedhof exilen, um einen Beast zu bekommen. Dann haben wir Capsho-Kite-Fins. 6 Mana, 3-3 fliegend und immer wenn der oder eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur tappen, die der Gegner hat. Das ist ganz cool. Mein Sculpt. 2 Mana, Sorcery. Der Gegner legt die obersten 7 Karten seines Decks in seinen Friedhof. Shadowclaw, Vampire. 5 Mana, 4-3. Man kann es bei Leben bezahlen, um dem Fliegen bisschen mehr des Zuges zu geben. Inferno Faust. 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur reicht plus 2 plus 0. Und man kann die Inferno Faust für ein rotes opfern, um 2 Schaden zu schießen. Endless Ombidience. 6 Mana mit Convoke. Das bedeutet, man kann Kreaturen tappen, um Mana-Kosten zu vergrünschen. Und man kann eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Das ist gar nicht mal so uncool. Und Hunt Bigger Games. FNM. Join the Hunt. Ja, das ist das. Man merkt das, glaube ich, ein bisschen. Mich ärgert das gerade. Ein bisschen schwer das bei mir irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich die verkehrt gelagert habe, die Booster. Aber ich werde mal. Ich habe hier noch so ein zweites. Das kommt hier nachher in dem Video. Ich hoffe mal, dass das aufhört. Das ist echt ätzend. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Black City. Ciao, ciao. Gibbe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020